Dieser Anfang ist über allemaßen merkwürdig. Ich hatte zu meiner innersten Erfahrung das einzige Gleichnis und Seitenstück, das die Geschichte hat, entdeckt. Ich hatte eben damit das wundervolle Phänomen des Dionysischen als der erste begriffen. Insgleichen war damit, daß ich Sokrates als Décadent erkannte, ein völlig unzweideutiger Beweis dafür gegeben, wie wenig die Sicherheit meines psychologischen Griffs von Seiten irgendeiner Moral-Idiosynkrasie Gefahr laufen werde. Die Moral selbst als Décadence-Symptom ist eine Neuerung, eine Einzigkeit ersten Rangs in der Geschichte der Erkenntnis. Wie hoch war ich mit beidem über das erbarmliche Flachkopfgeschwätz von Optimismus kontra Pessimismus hinweggesprungen? Ich sah zuerst den eigentlichen Gegensatz, den entartenden Instinkt, der sich gegen das Leben mit unterirdischer Rachsucht wendet, Christentum, die Philosophie Schopenhauers, in gewissem Sinne schon die Philosophie Platos, der ganze Idealismus als typische Formen, und eine aus der Fülle, der Überfülle geborene Formel, der höchsten Bejahung, ein Ja-Sagen ohne Vorbehalt, zum Leiden selbst, zur Schuld selbst, zu allem Fragewürdigen und Fremden des Daseins selbst. Dieses letzte, freudigste, überschwänglich-übermütigste Ja zum Leben ist nicht nur die höchste Einsicht, es ist auch die tiefste, die von Wahrheit und Wissenschaft am strengsten bestätigte und aufrechterhaltene. Es ist nichts, was ist, abzurechnen, es ist nichts entbehrlich. Die von den Christen und anderen Nihilisten abgelehnten Seiten des Daseins sind sogar von unendlich höherer Ordnung in der Rangordnung der Werte als das, was der Dekadensinstinkt gut heißen durfte. Dies zu begreifen, dazu gehört Mut und als dessen Bedingung ein Überschuss von Kraft, denn genau so weit, als der Mut sich vorwärts wagen darf, genau nach dem Maß von Kraft nähert man sich der Wahrheit. Die Erkenntnis, das Ja-Sagen zur Realität, ist für den Starken eine ebensolche Notwendigkeit als für den Schwachen unter der Inspiration der Schwäche die Feigheit und Flucht vor der Realität, das Ideal. Wer das Wort dionysisch nicht nur begreift, sondern sich in dem Wort dionysisch begreift, hat keine Widerlegung Platos oder des Christentums oder Schopenhauers nötig. Er riecht die Verwesung.